Der Bedarf an Sprachförderung wächst immer weiter. Mit digitalen Werkzeugen können Fertigkeiten und Fähigkeiten rund um die deutsche Sprache spielerisch und implizit verankert werden. Drei dieser digitalen Werkzeuge möchte ich dir in dieser Fortbildung ausführlich vorstellen. Ich biete dir dabei Einblicke in die Anwendungen Anton, Schlaumäuse und Schlaukopf. Im ersten Schritt führe ich dich jeweils durch die Funktionen und Angebote der Webseiten. Im Anschluss hast du die Möglichkeit die Anwendung selbst zu erleben und Anregungen für deinen eigenen Unterricht zu entwickeln. Zusätzlich bekommst du noch grundlegende Hinweise für die Sprachförderung zum Spracherwerb, Ideen für weitere Anwendungen und ein Handout von mir an die Hand. Alle vorgestellten Werkzeuge kannst du im Unterricht als Auflockerung oder Vertiefung einbinden oder den Eltern als unterstützende Maßnahme für zu Hause empfehlen. Bestehende 1 zu 1 oder Gruppenförderung werden damit ideal unterstützt und weitergeführt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Fortbildung und beim Kennenlernen der Tools.